Das Santa Ottoman Boutique Hotel liegt in Istanbul in Istanbul. Das Santa Ottoman Boutique Hotel ist sehr beliebt unter den Gästen, 100% empfehlen das Hotel weiter. Das Hotel hat eine sehr gute Bewertung. Die vier Gäste, die das Hotel bewertet haben, vergeben durchschnittlich 5,7 von 6 Sonnen. Die Bewertungen sind allerdings nicht aussagekräftig, da nur vier Bewertungen vorliegen. Nun die Bewertungen im Detail. Zimmer. Die sehr sauberen Zimmer schätzen die Gäste und vergeben insgesamt 6 von 6 Punkten. Service. Für den hervorragenden Service dieses Hotels bedanken sich die Gäste mit 6 von 6 Sonnen. Lage und Umgebung. Das Hotel hat laut den Gästen die beste Lage. Sie vergeben für den ausgezeichneten Standort und den damit verbundenen Erholungsfaktor 6 von 6 Sonnen. Gastronomie. Eine großartige Küche bietet dieses Hotel. 5,5 Sonnen werden für die gastronomischen Leistungen der Küche vergeben. Hotel allgemein. Die Gäste geben dem Hotel für den Zustand allgemeine Sauberkeit sowie Freundlichkeit des Personals eine sehr gute Bewertung von 5 von 6 Sonnen. Sprechen Sie am besten mit Ihrem Reiseveranstalter oder rufen Sie direkt beim Hotel an, um mehrere Informationen über das Hotel zu bekommen. Das waren Informationen zu der Lage, Service und Ausstattung des Hotels. Angebote und weitere Informationen erhalten Sie, wenn Sie dem Link unterhalb des Videos folgen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.